Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riever. Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mund und Länder haben nach jahrelangen Verhandlungen eine grundlegende Neuordnung ihrer Finanzbeziehungen vereinbart. Von 2020 an wird der Ausgleich zwischen finanzstarken und finanzschwachen Ländern neu geregelt. In der bisherigen Form wird es dann keine Geber- und Nehmerländer mehr geben. Der Bund zahlt den Ländern künftig mehr als bislang, erhält dafür aber auch mehr Kompetenzen. Politiker beider Seiten zeigten sich mit der Einigung gleichermaßen zufrieden. Stunden über Stunden haben sie verhandelt. Die 16 Ministerpräsidenten fuhren am Vormittag nochmals bei der Kanzlerin vor. Nachdem man in der Nacht um kurz nach drei eine Grundsatzeinigung beschlossen hatte, waren noch Detailfragen zu lösen, um wirklich alle glücklich zu machen. Ich glaube, es ist am Ende ein fairer Kompromiss. Ich bin froh, dass sich die monatelange Arbeit und auch die letzten zwei Tage wirklich gelohnt haben. Ende gut, alles gut. Was Bund und Länder im Kanzleramt so mühevoll ausgehandelt haben, ordnet den Finanzausgleich innerhalb Deutschlands von 2020 an neu. Unterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Ländern werden künftig ausgeglichen, indem der Bund etwa 9,5 Milliarden Euro pro Jahr mehr gibt als bisher. Die Geberländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen sowie Hamburg werden so entlastet, um zusammen knapp drei Milliarden Euro. Als Gegenleistung erhält der Bund mehr Kontrollrechte bei der Ausgabenpolitik der Länder. Dass das ein hartes Ringen war, das ist, glaube ich, nicht verwunderlich. Aber wir haben uns geeinigt. Und das ist das, was für die Menschen zählt, was für die Berechenbarkeit der Finanzen, vor allen Dingen auch in vielen Bundesländern zählt, was Investitionen möglich macht. Der Bundesfinanzminister musste so manche Kröte schlucken. Die Beschlüsse beruhen im Wesentlichen auf dem gemeinsamen Vorschlag der Ministerpräsidenten. Wenn Sie bessere Noten geben wollen, bei uns in Baden-Württemberg sagt man, nichts schimpft ist genug Lob, dazu befriedigend ist es in jedem Fall. Für die Länder entscheidend, für sie werden die Finanzbeziehungen gerechter. Im Übrigen ist das auch eine gute Regelung, weil sie die Länder in die Lage versieht, ihre Aufgaben wahrzunehmen, die sie haben bei der Bildung, bei der Entwicklung unserer Wirtschaft und Infrastruktur und all den anderen Aufgaben, die wir haben. Auch wenn heute Erleichterung überwog, vor Inkrafttreten der Reformen müssen noch eine Reihe von Gesetzen geändert werden, darunter auch das Grundgesetz. Nach dem überraschenden Fund einer DNA-Spur von Uwe Böhnhardt suchen die Ermittler nach einer Verbindung zwischen dem Tod der kleinen Peggy vor 15 Jahren und der NSU-Mordserie. Im Umfeld der Neonazi-Gruppe hatte es schon früher Indizien für Kinderpornografie und Kindesmissbrauch gegeben. Bislang wurde aber kein Zusammenhang zu der Mordserie gesehen. Jetzt sollen auch andere Verbrechen an Kindern erneut untersucht werden. Seit 15 Jahren wirft der Fall Peggy immer neue Fragen auf. Im Mai 2001 war die Neunjährige verschwunden, ihre sterblichen Überreste wurden erst im Juli dieses Jahres gefunden. Die Todesumstände sind weiter ungeklärt. Dass am Fundort der Leiche auf einem winzigen Stoffhetzen eine DNA-Spur des NSU-Terroristen Böhnhardt gesichert wurde, macht den Fall jetzt noch rätselhafter. Was wir da gestern gehört haben, ist zunächst mal ein bemerkenswertes Ergebnis von Kriminaltechnik. Dass jetzt aber der Verdacht besteht, dass einer der NSU-Täter auch noch der Mörder der kleinen Peggy sein könnte, ist unfassbar. Allerdings nicht für Javus Narin, einen der Nebenklageanwälte im NSU-Prozess. Er geht schon länger entsprechenden Hinweisen nach. So fanden die Ermittler in der ausgebrannten letzten Wohnung des NSU auf einem Computer kinderpornografische Dateien. Und es gibt sogar Spuren zu einem weiteren ungeklärten Mord an einem neunjährigen Jungen. So wurde etwa ein Waffenlieferant des NSU bereits 1993 verdächtigt, für den Mord an einem Kind verantwortlich zu sein. Dieser hat dann 2012 im Rahmen seiner Vernehmung im Hinblick auf NSU unter anderem den Uwe Böhnhardt mit dem Mord in Verbindung gebracht. Im NSU-Prozess ging es bislang nur um die rechtsextremistisch motivierten Morde, Sprengstoffanschläge und Banküberfälle. Weitere Ermittlungen könnten aber aufdecken, was viele schon lange vermuten, Verbindungen des NSU zur organisierten Kriminalität. Eines steht fest, da sind wir von CDU bis Linke einig, die drei können ihren Lebensunterhalt beispielsweise nicht nur allein aus dem Erlös von Banküberfällen finanziert haben. Und sie müssen überall in der Republik Unterstützer gehabt haben. Mit einer Sonderkommission will jetzt die Thüringer Polizei alle ungeklärten Kindstötungen seit 1990 neu untersuchen. Nach dem Selbstmord des terrorverdächtigen Syrers in Untersuchungshaft wächst der Druck auf Regierung und Behörden in Sachsen. Über ihren Sprecher verlangte Kanzlerin Merkel umfassende Aufklärung. Nun müsse gründlich untersucht werden, was schiefgelaufen und falsch eingeschätzt worden sei. Sachsens Ministerpräsident Tillich gestand Fehler ein und zeigte sich für eine Untersuchung offen. Von Konsequenzen, etwa für seinen Justizminister, sprach er nicht. Der sächsische Ministerpräsident ist unter Druck. Nach dem Selbstmord des Terrorverdächtigen Al-Bakre in Leipzig reißt die Kritik nicht ab. Die Rede ist von Staatsversagen. Tillich, der bislang defensiv reagiert hatte, kündigt heute eine unabhängige Untersuchungskommission an und räumt schwerwiegende Fehler ein. Der Umgang mit dem des Terrorismus bezichtigten Häftlings ist nicht in dem Maße erfolgt, wie es notwendig gewesen ist. Deswegen werden wir die Vorbereitungen auf Häftlinge mit einem solchen Täterprofil verbessern müssen. In Berlin wächst die Ungeduld mit den Verantwortlichen im Freistaat Sachsen. Der Bundesinnenminister erkennbar ungehalten. Ich kann Ihnen versichern, dass die Verantwortlichen in Sachsen selbst genau am besten wissen, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt. Der Koalitionspartner wird noch deutlicher. Da ist fast alles schiefgegangen. Niemand will dafür die Verantwortung übernehmen. Das kann nicht richtig sein. Ich habe den Eindruck, dass die Regierung in Sachsen die Lage in keiner Weise im Griff hat. Die Opposition geht einen Schritt weiter und fordert den Rücktritt der verantwortlichen Minister in Sachsen. Die sächsische Innen- und Justizpolitik ist wirklich zu einem Sicherheitsrisiko fürs ganze Land geworden. Und deswegen finde ich, die Verantwortlichen müssen gehen. Nächste Woche befasst sich der Bundestag mit den Vorfällen. Dabei rückt auch der Verfassungsschutz ins Visier. Die Opposition will wissen, welche Rolle spielte er bei der missglückten Verhaftung des Syrers und seit wann wusste der Geheimdienst, dass Al-Bakre hochexplosiven Sprengstoff in der Wohnung lagerte. Fragen, die zeigen, dass diese Affäre womöglich nicht auf Sachsen beschränkt bleibt. Die Reform der Erbschaftssteuer ist unter Dach und Fach. Der Bundesrat stimmte heute, wie zuvor schon der Bundestag, dem im Vermittlungsausschuss ausgehandelten Kompromiss zu. Demnach werden Firmenerben weiter von der Steuer befreit, wenn sie das Unternehmen längere Zeit fortführen und Arbeitsplätze erhalten. Allerdings sollen die Bedingungen dafür verschärft werden. Die Reform tritt rückwirkend zum 1. Juli in Kraft. Die Strompreise werden voraussichtlich auch im nächsten Jahr steigen. Grund ist die von den Netzbetreibern angekündigte Erhöhung der Ökostromumlage, die auf die Verbraucher umgelegt wird. Sie berechnet sich aus der Differenz zwischen den Marktpreisen und den garantierten Abnahmepreisen für die Erzeuger von Strom aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse. Je niedriger die Preise an der Strombörse sind, desto mehr Geld muss in die Umflage fließen. Was es mit der Ökostromumlage auf sich hat und welche Rolle sie beim Ausbau der erneuerbaren Energien spielt, das erläutern wir in Form von Fragen und Antworten ausführlicher auf tagesschau.de. Im Übernahmepoker um die Supermarktkette Kaisers Tengelmann hat Bundeswirtschaftsminister Gabriel ein Schlichtungsverfahren ins Gespräch gebracht. Gabriel appellierte an alle Verhandlungsparteien, weiter auf eine Einigung hinzuarbeiten. Gestern hatten Edeka, Rewe und der Tengelmann-Eigentümer Haub die Gespräche für beendet erklärt. Haub kündigte an, er werde in der nächsten Woche von mehreren Interessenten Angebote für eine Aufteilung von Kaisers Tengelmann einholen. Für die Mitarbeiter der Kaisers Tengelmann-Filialen sind diese Tage eine Achterbahnfahrt. Gestern Abend galten die Verhandlungen als gescheitert. Jetzt hat Bundeswirtschaftsminister Gabriel die beteiligten Konzerne noch mal zu Verhandlungen aufgefordert. Mit Erfolg. Denn zumindest Rewe ist dazu bereit. Ich finde, man muss auch noch mal die Idee erörtern, ob nicht ein Schlichter helfen kann, wie wir das in anderen Auseinandersetzungen kennen. Jedenfalls glaube ich, dass wir nicht einfach so hinnehmen dürfen, dass 16.000 Menschen dort in Gefahr geraten, ihren Job zu verlieren. Rewe-Chef Alain Kaparos wünscht sich als Schlichter Gabriel selbst und gibt sich verhandlungsbereit. Seit langem bangen die knapp 16.000 Mitarbeiter von Kaisers Tengelmann um ihre Arbeitsplätze. Eigentlich wollte Edeka die Kette komplett übernehmen. Gabriel hatte dafür die entsprechende Erlaubnis erteilt, wurde aber von einem Gericht gestoppt. Vor allem Rewe hatte sich vehement gegen den Verkauf an Edeka gewehrt. Verhandlungen der beteiligten Firmen wurden gestern Abend zunächst für gescheitert erklärt. Die großen Handelskonzerne sind keine Freunde und da spielen sicherlich Emotionen eine große Rolle. Und in einem sogenannten Oligopol, da ist der Wettbewerb sehr, sehr stark und der Druck, das liegt mit Sicherheit auch daran. Leidtragende sind die Mitarbeiter. Die Geschäftsführung von Tengelmann hat für sie Sozialpläne angestoßen. Bei einer Zerschlagung der Kette würden wohl viele ihren Arbeitsplatz verlieren. Ob es soweit kommt, ist seit heute Nachmittag allerdings wieder offen. Die Bundesregierung kann das Schlüsseldokument in der NSA-Späh-Affäre vorerst weiter unter Verschluss halten. Die sogenannte Selektorenliste, die zeigt, welche Ziele der BND für den US-Geheimdienst ins Visier nehmen sollte. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Aus formalen Gründen wurde eine Klage der vom Bundestag berufenen G10-Kommission auf Herausgabe der Liste abgewiesen. Auf Basis der Liste hatte der Bundesnachrichtendienst auch europäische Unternehmen und Politiker ausgespäht. Kolumbiens Präsident Santos hat die Waffenruhe mit der Rebellenorganisation FARC bis Jahresende verlängert. Das sei kein Ultimatum, sagte er in einer Fernsehansprache. Aber die neuen Verhandlungen über ein Friedensabkommen müssten zügig vorankommen. Anfang Oktober war ein erster Vertrag mit den Rebellen in einer Volksabstimmung knapp gescheitert. Für seine Bemühungen, den jahrzehntelangen Konflikt zu beenden, erhält der Präsident den Friedensnobelpreis. Thailand trauert um König Mumipon. In der Hauptstadt Bangkok wurde der Leichnam des verstorbenen Monarchen in einem Wagenkonvoi vom Krankenhaus zum Königspalast gebracht. Zehntausende Menschen säumten die Straßen. Die Militärregierung ordnete eine einjährige Staatstrauer an. Mumipon war gestern im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Er war 70 Jahre im Amt. Als Nachfolger auf dem Thron ist sein Sohn vorgesehen. Der Weltfußballverband FIFA hält an seinem Plan fest, die Weltmeisterschaften zu vergrößern. Von 2026 an sollen mehr Mannschaften teilnehmen als bisher. Diese Grundsatzentscheidung traf das FIFA-Council in Zürich ungeachtet von Kritik, die etwa Bundestrainer Löw geäußert hatte. Im Gespräch sind zwei Modelle mit 40 oder 48 Mannschaften. FIFA-Präsident Infantino geht mit seinem Reformplan in die Offensive. Denn monatelang stand er selbst im Fokus von verbandsinternen Ermittlungen, die aber zu keiner Anklage führten. Mit seinem Plan, die WM-Endrunde aufzustocken, will er auch eines seiner zentralen Wahlversprechen erfüllen. Für die Fußballbewegung gibt es natürlich nichts Besseres für eine Nation, sich für eine WM zu qualifizieren. Das boostet den ganzen Fußball im ganzen Land. Bislang spielen 32 Mannschaften die WM-Endrunde. Künftig könnten es nach dem favorisierten Vorschlag 48 Teams sein. Davon würden sich 16 direkt für die Gruppenphase qualifizieren. Die restlichen 32 Mannschaften spielen in Vorab-Ko-Spielen um weitere 16 Startplätze. Am Ende hätten sich dann 32 Teams für die Gruppenphase qualifiziert, so wie bislang auch. Der FIFA-Rat bewertete die Aufstockung ab dem Jahr 2026 grundsätzlich als positiv, will er aber erst im Januar endgültig entscheiden. Kritik von Bundestrainer Löw und Vertretern europäischer Clubs, wie etwa Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge. Sie erwarten mehr Belastungen für die Spieler. Das Feld noch mehr verwässern, das halte ich für eine schlechte Idee. Die Weltmeisterschaft wird noch länger, sie wird noch aufwendiger. Infantino verspricht grössere Spiele, mehr Geld und mehr Transparenz. Das ist sein Masterplan, um vom Skandal-Image wegzukommen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 15. Oktober. Im Nordosten Deutschlands hält sich die Feuchtkühle, in den Westen und Süden strömt milde Luft. Da dort auch die Sonne die besseren Chancen hat, werden am Rhein um 20 Grad erreicht. In der Nordosthälfte ist es heute Nacht zum Teil klar, im Westen und Süden viele Wolken, stellenweise fällt Regen. Der Tag beginnt im Nordosten freundlich, sonst gibt's dichte Wolken, gebietsweise regnet es. Am Nachmittag lockern die Wolken von Westen und Südwesten immer mehr auf. Am Oberrhein heute Nacht bis 11, in Vorpommern nur 4 Grad. Dort morgen knapp unter 10, im Südwesten nahe 20 Grad. Am Sonntag bleibt es vor allem im Norden und Osten trüb, im Westen und Südwesten wird es recht freundlich. Am Montag erwartet uns ähnliches Wetter, am Dienstag wird es von Westen wieder wechselhafter und kühler. Um 21.45 Uhr hat Pina Attelei diese Tagesthemen für Sie. Nach dem DNA-Fund, wie der Fall Peggy den NSU-Prozess beeinflussen könnte und Kostenexplosion bei Stuttgart 21. Wie teuer wird der neue Bahnhof wirklich? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.